Ja, und Dino, was ist los? Ich hab eigentlich keine Zeit gehabt, Mann! Nimm den Controller und spielen. Ich hab mein Haus, wo wir einbrechen können. Meinst du, es lohnt sich? Ob es sich das lohnt? Wir müssen nie wieder arbeiten nach dem Einbruch! Nie wieder! Arbeit wieder! Ja, wo ist das Haus? Lass sie jetzt einbrechen! Nein, wir können jetzt noch nicht einbrechen. Diesen ersten Morgen im Urlaub. Ab 23 Uhr. Komm da hin. Ich schick dir die Adresse. Okay, alles klar. Das da? Das ist das Haus, ja. Wer willst du das einbrechen? Ah! 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 Schhhh! Ja, ja, ja! Ah, wo ist das hier? Ich hab das nicht gefunden. Meinst du, ich ist dumm das Licht anzumachen? Dumm? Bist du dumm? Hast du schon mal irgendwie im Dunkeln was gesehen? Stimmt, du hast recht. Komm, lass alles durchsuchen. Los. Ah! Ach, mach, mach, mach! Ah! Da ist doch nur ne Mausefalle. Bist du so bescheid, dass du auf ne Mausefalle reinfällst? Ich dachte, da war irgendwas drin. Junge, komm, lass abhauen, Mann! Hallo, ist jemand da? Sonst muss ich die Tür eintreten, hier ist die Polizei. Was ist los? Polizei, nein, nein, mach an! Ich hab ne Idee. Was denn? Wir tun so, als ob das unser Haus wär. Weil der hier nicht weggehen wird. Er wird Verstärkung holen. Du hast recht, das müssen wir machen. Gott, komm dahin. Ja, ich fahr ja schon auf. Nehmen Sie die Hände hoch. Äh, kommen Sie erstmal rein. Bitte nicht schießen, bitte. Kommen Sie rein. Wer seid ihr? Wer wir sind? Das ist ja witzig. Wir wohnen hier. Die Nachfangen haben gesagt, ihr werdet eigentlich im Urlaub. Im Urlaub? Ach so, ja. Einmal im Jahr fahren wir immer nach Spanien. Genau, Spanien. Das ist so ne schöne Stadt. Oh, wir lieben Lissabon. Okay, ich glaube euch. Das ist nett. Hör mal, habt ihr hier ne Toilette? Toilette? Na logisch. Wer hat denn nicht ne Toilette, ähm, hier, hereinspaziert? Da ist der Keller. Keller? Oh, tatsächlich. Ich halte nicht mehr aus, wo ist die Toilette? Äh, die Toilette, die Toilette, die ist, äh, achso. Hier ist die Toilette natürlich. Hier geht's nach oben. Nach oben? Ähm, ich könnte schwören, dass da die Toilette ist. Ähm, kommen Sie mal hier mit. Hier ist die Toilette. Danke, ich halte es nicht mehr aus. Jetzt verabschiede ich mich. Ah, Officer, danke, dass Sie hier waren. Danke, danke. Schön, Sie zu sehen. Danke. Ach, was ich euch empfehlen könnte, euer Wasser zu reparieren. Ich hatte großes Geschäft und ich könnte meine Hände nicht waschen. Was ist los? Kelch? Was ist das denn? Wir suchen, brauchen wir nie wieder zu arbeiten. Ja, brauchen wir doch nicht. Aber das können wir doch mitnehmen. Nein, das brauchst du nicht mitnehmen. Wir brauchen nie wieder arbeiten. Jetzt such danach weiter. Ja, okay. Gut, 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 gut. Ich schaue das jetzt. Oh ne? Faru, komm her! Was hast du hier gefunden? Ich hab das, wonach wir gesucht haben. Reicht das für uns beide? Das reicht für die nächsten Jahre. Wir brauchen dich bearbeiten, lass schneller bauen hier. Die Bullen waren doch schon hier. Nie wieder arbeiten, das ist geil! Nie wieder arbeiten, nie wieder treten! Geil! Das ist so hammer! Nie wieder arbeiten! Ist das einfach so geil? Weißt du was ich schon vor mir habe? Reisen! 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 Mach auf! Sicher nicht mehr rein! Arbeitslosengeldanträge! Was? Arbeitslosengeldanträge? Ich dachte wir müssen nie wieder arbeiten! Fühlst du aus? Gibst du ab? Muss nie wieder arbeiten! Was? Ich dachte Geld wäre reich! Nein reich nicht, aber du musst nicht mehr arbeiten! Was soll denn der Scheiß? Ein anderer könnte sich auch selber stellen! Spanien, wir kommen ursprünglich aus Lissabon! Wir lieben Lissabon! Lohnt sich? Lohnt sich? Wir müssen nie wieder arbeiten! Was? Nie wieder! Nie wieder! Nie wieder! Nie wieder arbeiten! Sag mir wo es ist! Das besprechen wir gleich! Nach der Werbung! Nach der Werbung, Leute! Was denn gleich? Warum gleich schon?